Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Enlisted Show. Guten Tag, heute ist der zweijährige Geburtstag von Enlisted und mir kommt die Zeit noch gar nicht so lange vor. Eigentlich, ich hab's ja seit Alpha jetzt gespielt, damals noch mit einem Kumpel zusammen, dann mit einem anderen Kumpel und ja, so hat sich das entwickelt. Und ich hab's dann irgendwann durchgesuchtet, so ziemlich. Ist das eigentlich gerade das einzige Spiel, was ich spiele. Trotzdem kommen gerade ein bisschen wenig Videos, weil ich halt noch viele andere Sachen zu tun hab. Einige Konzerte zum Nachholen oder so, aber das ist ja jetzt erstmal scheißegal. Auf jeden Fall, Enlisted hat sein zweijähriges und dann gibt's wie jedes Jahr so ein kleines Event, wo man halt gewisse Sachen freischalten kann. Diesmal ist es, da gibt's diese schönen Profilbilder, die alle meiner Meinung nach ziemlich beschissen aussehen. Und es gibt auch keinen deutschen Soldaten dabei, das pisst mich auch ein bisschen an. Ich find am lustigsten sieht immer noch der Brite aus. Ähm, ja, die kann man auf jeden Fall haben, indem man einen Sieg erzielt. Das Ganze findet man dann in dem Event-Tab, wo auch das mit der eigenen Sitzung ist. Also du musst quasi einen Sieg erzielen vom 10. bis 13. November und dann kriegst du eins von diesen sexy Profilbildern. Äh, ja, wer es haben will, ich brauch's jetzt nicht unbedingt, da find ich das hier viel interessanter. Und zwar, wenn du zweimal in den Top 50% deines Teams bist, was je nachdem, was du für eine Kampagne spielst, überhaupt kein Problem ist, kriegt man endlich mal ein paar von diesen Decals, die man sonst immer kaufen musste. Und das find ich auch jetzt mal Worteszeit, dass man die Dinger endlich mal freispielen kann. Genau wie diese Lackierung von den Panzern, bevor man sich die kauft oder halt irgendwelche Deko-Artikel. Sollten sie viel öfter machen, dass man die auch mal so freischalten kann durch Events. Find ich auf jeden Fall eine coole Sache, kann man mal machen. Und dann gibt's noch ein Gold Weapon Order für 20.000 Gefechtspunkte. Das, ja, da kriegt man nur einen davon, ich hab noch ein paar davon. Sowas kann man aber auf jeden Fall mitnehmen, grad für Free-to-Play-Spieler, die jetzt auch noch keinen Battle Pass haben oder so. Ist das eine super Sache. Und, wie gesagt, dann gibt's noch In-Game-Sales, wie halt bei jedem Geburtstag. Zu den Premium-Trupps, da sollte meine Meinung eigentlich bekannt sein, dass es sich nicht unbedingt lohnt, da Geld auszugeben dafür. Für, ja, grad das vom Pacific, für 30 Euro ist da glaube ich nicht mit drin. Das wäre nämlich okay, wenn man dafür 15 Euro quasi diese Pacific, ja, wie soll ich sagen, dieses Pacific-Pack mitkriegen würde. Ist jetzt nicht der Fall. Und ansonsten, ja, finde ich jetzt diese, auch wenn die Trupps jetzt um 50% reduziert sind, ist zwar preislich dann in Ordnung, aber ich find's halt jetzt recht unnötig dafür. Klar, wer zu viel Geld übrig hat und Langeweile hat und vielleicht irgendwas noch ganz dringend durchgrinden will, dann ist es jetzt die beste Zeit, um dafür irgendwas zu kaufen. Ob Premium-Account jetzt auch wieder im Sale ist, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Das werden wir aber gleich mal nachgucken in-Game. Da will ich euch eh noch was zeigen. Ja, und auf jeden Fall diese, 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 diese Icons quasi oder die Decals, die man auf diese Panzer und Flugzeuge drauf machen kann, das geht natürlich nur in der jeweiligen Nation, was ja auch irgendwie Sinn macht. Also die sind nur für spezielle Sachen halt verfügbar. So, dann hätten wir das mit dem Geburtstag schon durchgekauft. Jetzt switchen wir mal ganz kurz in-Game. Also ich hab grad nochmal nachgeguckt, Premium-Konto ist jetzt nicht im Angebot. Da, ich mein, das Jahr 40 Euro ist immer noch voll okay. Aber finde ich ein bisschen schade, dass sie das da jetzt tatsächlich nicht gemacht haben. Aber ich denke mal, spätestens zu Weihnachten wird das dann wieder kommen, dass es halt ein ganzes Jahr Premium für die Hälfte gibt. Hätte ich mir auf jeden Fall jetzt schon gewünscht, aber ist ja egal. Und jetzt noch eine andere Sache, worauf mich jetzt vor längerem schon mal zwei Zuschauer hingewiesen haben. Ich kann die zwei Kollegen ja hier mal einblenden. Also vielen Dank für die Info schon mal. Und zwar, finde den Fehler im rechten Bild. Richtig, der Fehler ist es. Erstmal, es gibt kein rechtes Bild. Aber jetzt guckt euch mal meinen Pionier an. Und zwar hatten, wie gesagt, da hatten mich Leute drauf hingewiesen, dass man in der Normandie, und ich hab's ausprobiert, es geht nur in der Normandie, kann man seine Pioniere jetzt mit allen Waffen ausstatten. Ihr seht's hier, mein komischer Stefan, der hat jetzt einen MG42 als Engineer. Ich kann denen MPs geben, ich kann denen alles geben, was ich eigentlich will. Und ich hab keine Ahnung, ob das gewollt ist vom Spiel. Ich hab jetzt spontan mal nix dazu gefunden, in irgendwelchen Patchnotes oder so, oder ich hab irgendwas übersehen. Also wenn irgendeiner eine Ahnung hat, warum das jetzt auf einmal so ist, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen. Und das ist auch nur beim Pionieren, also bei anderen Klassen ist es jetzt nicht so, dass ich denen halt random irgendwelche Waffen geben kann, die ich will. Sondern nur die Pioniere, bei den Amis funktioniert das übrigens auch. Man sieht's hier, Pioniertrupp, denen kann ich jetzt auch hier eine Grease Gun geben, ich kann denen die Bran geben, die Browning, alles mögliche, was man haben will. Aber wenn ich jetzt halt in die Kampagne wechsle, zum Beispiel jetzt hier, keine Ahnung, Stadigrad, da Pioniere, klar, die haben schon ein Stromgewehr. Aber ich kann denen jetzt halt keine MGs oder sowas geben. Das ist nur in der Normandie und ich hab keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Oder was der Hintergrund sein soll. Ich find's an sich nicht schlecht, weil, ja gut, der Pionier ist halt eh schon eigentlich die stärkste und wichtigste Klasse im Spiel. Und wenn man dann noch mit einem MG42 oder einer MP40 da rumrennen kann, ist das halt mega. Das ging bis jetzt nur in den Premium-Trupps. Aber ich hab keine Ahnung, ich glaub, ich werd jetzt meine ganzen Pioniere auch tatsächlich ausstatten, weil ich weiß jetzt nicht, falls das ein Bug sein sollte vom Spiel. Und das Ganze wird gefixt, ob man dann die Waffen, die man schon ausgerüstet hat, da trotzdem drin lassen kann. Das wär halt interessant, deswegen kriegen die Pioniere jetzt bei mir einen MG42 oder einen MP40, das wär ich noch entscheiden. Oder vielleicht doch einen STG44. Finde ich auf jeden Fall recht interessant. Und falls irgendeiner da wissen sollte, was dahinter steckt, oder ob das vielleicht bei einer anderen Klasse doch geht, vielleicht kann man einem Panzerfahrer jetzt auch einen MG42 geben. Man weiß es ja nicht, ich kann's ja mal kurz ausprobieren. Panzerkommandant, äh, nope. Wär ja auch zu witzig, wenn du mit einem Panzer fährst und dann oben mit einem MG42 rausballern kannst. Aber, wie gesagt, das wundert mich jetzt tatsächlich, was da irgendwie los ist. Und es macht auch keinen Sinn für mich, dass es nur beim Pionier geht und halt, ja, keine Ahnung. Mir wird es tatsächlich auch ingame gefallen, wenn du, sagen wir mal, auch zum Beispiel anderen Leuten eine MP40 geben kannst. Zum Beispiel als Backup oder so, das war halt bei HNG zum Beispiel immer ganz lustig. Gibt's einen Sniper oder halt deinem Infanteristen K98 und als Backup noch eine MP40 mit rein. Ist halt optimal für alle Lebenslagen. Aber, ja, wie gesagt, das musste ich mir jetzt mal angucken und anscheinend ist da irgendwie was schiefgelaufen beim Programmieren. Wenn sie es so lassen, mir bringt es jetzt im Endeffekt nichts mehr, weil bei der Normandie bin ich jetzt eh fast durch. Wie gesagt, auf der Sturmgewehr 44 ist geschissen. Aber, ja, finde ich auf jeden Fall recht interessant, vor allem als Pionier mit einem MG42 rumzurennen. Wenn man sowieso die MG-Naster noch bauen kann, könnte das richtig hässlich sein. Ja, wie gesagt, falls einer von euch mehr dazu weiß, ich habe keine Ahnung, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wer ist das jetzt eigentlich? Das waren halt die zwei Sachen, die ich jetzt sagen wollte. Und eine Sache vielleicht noch, ich habe jetzt 350 Abonnenten, dafür würde ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. Und falls der Bedarf besteht, weil im Endeffekt habe ich euch ja das alles zu verdanken, wie es jetzt läuft mit dem Kanal. Und den Kanal habe ich jetzt, glaube ich, ein Jahr oder so. Also, falls es euch mal interessiert, könnte ich da euch schon mal ein bisschen einen Einblick geben in den Kanal, wie das halt gerade so läuft. Wie es aussieht hier mit Klicks und Watchtime und bla bla bla. Weil ich mache da jetzt kein großes Geheimnis draus irgendwie und im Endeffekt, wie gesagt, ich habe es euch zu verdanken. Also kann ich diese Informationen auch gern mit euch teilen, wenn ihr darauf Bock habt. Dann lasst es mich einfach wissen, da kann ich dann mal ein kleines Video dazu machen, wie es vielleicht aktuell läuft mit dem Kanal. Und wie gesagt, ich habe da gar kein Problem damit. Ist ja im Endeffekt euer Verdienst. Von daher würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich gucke, dass ich jetzt noch ein Gameplay aufnehme. Tunesien steht nämlich auch mal wieder aus. Vielleicht habe ich ja inzwischen mal wieder Gegner. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, was dann wahrscheinlich das Gameplay dazu sein wird. Also von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut und high.